So ein Tag, so wunderschön wie heute So ein Tag, der dürfte nie vergeht So ein Tag, auf den ich mich so freue, so ein Tag, der dürfte nie vergeht So ein Tag, so wunderschön wie heute 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 So ein Tag, auf den ich mich so freue, so ein Tag, der dürfte nie vergeht So ein Tag, so wunderschön wie heute 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 So was lang, lang, lang ist es so schön, so schön. So, drei, vier. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ich werde bekloppt. Ich bin ja noch schneller hier. Ein Händes getan. Alle Hände. Alle Hände. So, und. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Kennt ihr, kennt ihr, Kasselmann, Kasselmann, ja, ne? Was hat der jetzt? Der hat jetzt 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. Lustig, lustig. Was für ein Idiot. 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. Und ihr kennt noch Tiger Woods, oder? Oder hier diesen Minigolfspieler. Die hat eine Sextherapie gemacht. Die hat nur 18 Wochen. 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. Lustig, lustig. 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. 18 Wochen ARD verboten. Und ein Bierfahrer. Danke schön und gutes Wochenende. Spendige Männern, ich wünsche euch, dass ihr hier seid. Schaut euch rein. Bitte spät collected. Ich zieh, ich zieh gleich an die Ziele. Danke. Tschüss.